Hallo Freunde der Filmunterhaltung, herzlich willkommen zu meiner Filmbewertung von dem Film Maurice der Kater. In diesem Film geht es um den Kater Maurice, synchronisiert von Bastian Pastewka, der mit seinem Freund Keith, synchronisiert von Jerry Hoffmann, und einer Bande von Ratten von Dorf zu Dorf zieht, um da ein bisschen Geld abzukassieren. Und zwar machen sie das in jedem Dorf so, sie gehen dorthin, lassen die Ratten da Terror machen, wie sie gerade froh und lustig sind, und dann kommt der Kater Maurice und sagt, selbst für eine Katze sind das viel zu viele Ratten, aber er hat eine Idee. Und zwar kommt dann sein Kollege Keith, der auf einer Flöte spielt, und damit die Ratten aus dem Dorf vertreibt. So ein bisschen wie Rattenfänger von Hameln, wer die Geschichte kennt. Und das machen sie in x Dörfern und machen dadurch eine Menge Zaster. Eines Tages kommen sie in einem Dorf, wo es keine einheimischen Ratten gibt, und obwohl es Anzeichen gibt, dass es Ratten geben müsste, finden sie dort keine einheimischen Ratten. Was extrem merkwürdig ist. Und sie versuchen da so ein bisschen, den Geheimnis auf die Spur zu kommen. Ich muss sagen, der Film war unterhaltsam, aber ich hätte mir noch ein bisschen mehr gewünscht. Aber kommen wir mal zu den positiven Sachen. Also, der Film ist ja eine Buchverfilmung, weil es gab ein Buch von Maurice de Carta. Habe ich zwar nicht gelesen, weil ich bin extrem lesefaul. Für Leute, für mich sind Hörbücher erfunden worden und Hörspiele. Aber es ist eine Buchverfilmung, und ich muss sagen, für Kinder ist das doch schon extrem lustig, der Film. Also, gerade so Maurice, der doch sich immer so als Drahtzieher und so als das Gehirn der ganzen Truppe sich immer vermarkten möchte. Ja, auch dem passieren da so die einen oder anderen kleinen Schnitzer. Und die Ratten sind echt gut. Die Ratten, die gefallen mir. Die haben so viele verschiedene Charaktere und so viele interessante Momente, wo ich sage, ey, Leute, ihr seid cool. Die Leute, die das so damals geschrieben haben und jetzt auch umgesetzt haben, Leute, ihr seid gut. Das gefällt mir. Und ja, es kommen... Und Kies, der ist ein bisschen... Ja, weiß ich nicht. Der macht zwar den ganzen Schabernack so mit, aber er ist schon so ein bisschen auch so einer, der so ein bisschen nachdenklich ist und auch so ein bisschen... Manchmal auch so ein bisschen ängstlich ist. Aber alles in allem ist der Film so für Kinder auf jeden Fall ganz cool. So, wenn ihr jetzt mit eurer Family ins Kino geht und so, sucht nach einem Film, was die Kiddies sich gut angucken können. Geht da rein. Könnt ihr gerne machen. Nur wenn ihr jetzt, sage ich jetzt mal, so Erwachsene, die gucken dann noch schon ein bisschen mehr so auf das eine und das andere. Da hat der Film so die ein oder andere kleine Schwäche zum Beispiel. Aber da kann man ganz getrost drüber hinweg schauen. Und ja, der Film macht Spaß. Also gerade die Ratten. Die Ratten, die sind cool. Die Ratten sind echt genial. Die machen schon Spaß. Und wie dann auch so die ganzen anderen Charaktere da zusammenkommen, ist interessant. Und die haben auch manchmal so richtig interessante Ansätze, um Nikes so ein bisschen zu zeigen. Der eine ist so ein bisschen lustiger drauf, der andere ein bisschen aggressiver, der andere möchte alles ein bisschen fairer haben und so weiter und so weiter. Da sind es bei den Ratten so viele verschiedene Facetten an Charakteren eigentlich da drin. Und das macht schon interessante Charakterzüge aus. Und das macht schon interessante Szenen auch teilweise aus. Von daher auch die Animationen. Die Animationen muss ich sagen, top, gebe ich einen Daumen nach oben für. Also wie die Bewegungen sind und wie so die ganzen Gerichtszüge und das alles sind, mag ich. Super, habt ihr echt gut umgesetzt. Muss ich ehrlich sagen. Also an Synchronstimmen habe ich bisher im Internet auch nur gefunden, dass Bastian Pastewka da mitgesprochen hat und Jerry Hoffmann. Also sonst habe ich nicht viel von den anderen Synchronisationsstimmen a. raushören können und b. habe ich jetzt auch nichts gefunden, wer die anderen Synchronsprecher sind. Was schade ist. Also wenn ihr mal synchronisierte Filme rausbringt, Animationsfilme, dann bitte schreibt doch alle Leute hin, die an der Synchronisation beteiligt waren. Also finde ich jetzt nicht so cool eigentlich. Ja, also und welche Bewertung ich dem Film gebe, sage ich euch nach der Werbung für meinen Shop. Hallo Leute, hier ist der MC Rossi Fanshop. Hier gibt es vieles von euren Lieblingsstreamer und Content Creator. T-Shirts, Turnbeutel, Hoodies und vieles, vieles mehr. Tja, geht auf den Link in der Videobeschreibung und holt euch eure Produkte. Hier gibt es jede Menge. Schaut es euch an und kauft fleißig ein. MC Rossi Shop, alles was ihr braucht. Ja, da sind wir wieder. Fassen wir zusammen. Der Film ist für Kinder definitiv unterhaltsam. Ein paar interessante, lustige Sachen. Und die Ratten, die dabei sind, die haben so verschiedene Charakterzüge, die auch sehr gut und auch teilweise lehrreich sein können. Und alles in allem, der Film ist interessant. Aber mir fehlt so ein bisschen das gewisse Etwas. Ich kann es nicht genau lokalisieren, wo mir da was gefehlt hat. Aber ein bisschen hat mir gefehlt. Aber alles in allem, super tolle Familie und Unterhaltung kann ich euch nur empfehlen. Also wenn ihr Bock habt mit euren Kiddies, geht da definitiv rein. Ihr werdet da so um die 90 Minuten gut unterhalten. Und somit gebe ich den Film 4 von 5 Totenköpfen. Eine super solide 4 von 5 Totenköpfen. Und damit kann man sagen, das Geld, was ihr da investiert, lohnt sich. Ja, das war die Filmbewertung von Maurice der Kater. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis demnächst.